Hallo allerseits, äh, ja, Portal 1, ein uraltes Spiel, damals von Wave entwickelt und eigentlich immer noch von Wave entwickelt. Ja, äh, ach, ich starte einfach mal das Spiel und labere dazwischen und zwar in der Testkammer 0. Äh, während der Lied kann ich ja noch ein bisschen was erzählen. Portal 1, ah, es ist ja natürlich schon tausendfach gespielt worden, allerdings ist es so, dass Portal 1 durch irgendein Patch mal ein neues Ende gekriegt hat wegen Portal 2, damit das logisch erklärt werden kann. Und das ist der einzige Grund, warum man Portal 1 eigentlich überhaupt nochmal spielen kann, nachdem schon 10 Millionen Leute das bereits getan haben. Und während wir hier 60 Sekunden lang abwarten, die ich irgendwie jetzt mit Labern verbringen müsste, äh, ja, ja, vorwärts, seitwärts gehen, rückwärts gehen, also für alle, die noch nie was gespielt haben. Hallo und noch ein Willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture. Wir hoffen, ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Essen. Das Portal öffnet sich in 3, 2, 1... Hm, wo denn? Oh mein Gott! Ja, und das da hinten ist Shell. Ähm, zu Shell kann man noch was Lustiges erzählen, und zwar, die ist eigentlich völlig ungeeignet für die Testkammer, weil die ist nämlich mental nicht so ganz stabil, weil die kann nicht aufgeben. Ähm, die... Die... Sie... Sie never, 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 never gives up. Die versucht sowas, äh, irgendwie... Stubborn war, äh, Stubborn war, glaub ich, die Beschreibung im Comic. Oh, ja, toll. Wie gut war? Okay. Schauen Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Aha, sehr sch... Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle bestehenden nicht autorisierten Verhältnisse, zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Den ich aber gar nicht mitnehmen kann, verdammt. Na gut. Will ich da wirklich durch? Ja, ich will da durch, okay. Gut dann. Dimm. Hm. Passiert nix. Angst. Doch, da. Das Licht fließt nach unten. Ja, äh, Shell auf jeden Fall. Die ist total ungeeignet für irgendwelche Tests in irgendwelchen Versuchsanlagen, weil die ist, äh, dreht sonst, äh, die... Die kann ich aufgeben und das ist, äh, für diese Tests nicht gut, weil das, äh, Aufgeben gehört mit dazu. Das ist, äh, Shell völlig ungeeignet für irgendwelche Arten von Tests. Weil die würde ja alles kaputt machen beim Versuch, das zu schaffen. Oh. 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 Oh, für Deutsch ist ein Druckschalter. Nur so für diejenigen, die es nicht checken. Uh. Nein. Verdammt, das schaffe ich nicht mehr, oder? Ja, ich habe es noch mal geschafft. Äh, zack. Also die ganzen Rätsel sind, äh, irgendwie... Ich wohne jetzt hier. Äh, die, die, die Dinger, die sind, wenn man die alle schon kennt, sind die natürlich ziemlich einfach. Ich muss aber sagen, also ich habe mal, äh, ich könnte es eigentlich sagen, ja, es war meine, meine damalige Freundin, war es. Die habe ich mal am Portal herangesetzt. Und die hatte echt Schwierigkeiten. Also hiermit noch nicht so doll, aber... Lauf drei Kammern später, weil wir sind dann auf einmal Probleme aufgetaucht. Und jetzt, um sich lästern zu wollen, aber... Das, das merkt man nicht so, wenn man das, wenn man schon seit Jahrhunderten Ego-Shooter spielt, aber wenn man jemanden ransetzt, der so mit... ...drei Geh-Umgehung überhaupt nicht bewandert, das war am besten mit der Bewegung, die ist ja schon am Springen hier. Scheiße, dann ist das... Die ist auch immer, die hat auch immer die Maus ganz wenig bewegt. Die ist ja immer so ran, hat ja ganz komisch ran gerannt, das war ganz lustig. Äh, ja, das... Oh, das lädt. Daten. Na, sollst du mal machen. Auf jeden Fall, das, das war nidend. Danke! Beachten Sie, dass der Geschmack von Not nicht Teil des Pestprotokolls ist... Nicht! ...und ein unerwischter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Abitur Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne aufflöst. Okay, gut, dann ist dem so. Äh, es gibt übrigens noch zahlreiche Archive mitzukriegen, wie zum Beispiel alle Kameras kaputt zu machen. Moment. Ich glaube, vielleicht kann ich die... Sehr gut. Meins? Nun, über das mobile Portalgerät von Abitur Science. Nummer zwei. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Toren sind vollkommen sicher. Das Gerät... Ach, komm, da entsteht ein Radio. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen... Niemals, nie, nicht. Niemals, nie, nicht. Das Gerät auch nur verwenden, weil es lächelt und das Raum-Zeit-Kontinuum reißt. Sieha, Portal 2. Es könnte ja sein, dass man das zum Beispiel wie die Portale Garns-Zeit auseinanderhält. So, Kameras abschließen. Das ist übrigens mein heimliches Hobby. Wo ist deine Dach? Haha. Oh, verdammt, ich brauche ein Portal und ein offenes. Haha. Hui. Und das ist übrigens ein Rätsel, dass da ist meine Ruffeierter Ex-Freundin echt dran gescheitert an dem Ding hier. Das ist unglaublich. Aber die hat das irgendwie mit der 3D-Umgebung nicht mitgekriegt, dass das woanders ist als da hinten. Und dann ist es... Naja, dann war das gar nicht so einfach. Also das ist... Oh, Radio. Zerstören Sie in keinem Tag, der offene Tür vorhanden ist, um auch Sie testen zu lassen. Töchter Tag? Ich weiß gar nicht, was die mit den Frauen hier machen. Also Männer scheinen auf die ungeeignet für Testrein zu sein. Das hat man anscheinend bei Aperture in vergangenen Tagen rausgekriegt, dass da Frauen einfach... Die sind einfach viel geeigneter für sowas. Oh. Es lädt schon wieder Daten. Warum tut das denn das? Oh, noch mehr Kameras. Falle runter. Oh, hier kommt man schummeln. Oder war das hier, wo man schummeln konnte? Also, ich habe ja mal den Entwicklermodus angehört. Man konnte in irgendeinem Ding schummeln. Ja genau, hier wurde diese Dachscheibe. Weil es haben nämlich irgendwelche gewitzten Spieler die tolle Idee gekommen, dass man ja auch gar nicht sich die Mühe machen müsste mit den neuen Würfeln hier und einfach direkt das Portal auf die andere Seite schießen kann. Das war wieder sehr gut. Dessen hat man hier die anderen Wände gemacht. Nein. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Ist klar. Habe ich jetzt überhaupt alle Kameras abgeschlossen? Ich glaube, ich habe eine vergessen. Ja, okay. Das Archivium kann ich mir schon mal in die Haare schreiben. Ich glaube, ich habe das schon mal versucht mit diesen Archiven. Dann habe ich irgendwie in der letzten Kamera gefailt und habe irgendwie eine vergessen. Das habe ich dann nur noch so gesehen von der Seite. Und ach, habe ich mich eh dann nicht geärrt. Ich glaube, ich habe das bis heute nicht. Mit diesen Zusatz... Mit alle Kameras abschließen. Oder irgendwie, das wurde nicht richtig gezählt. Irgendwas war da. Ich habe mich auf jeden Fall geärgert. Ich denke, die ist wichtig für meine, für meine, für mein Dings hier. Also, manchmal, ich denke, ich werde hier nicht überwacht, aber trotzdem spricht sie hier mit mir. Das ist mir wirklich ein Rätsel. Also, äh, wie war denn das? So war das? Ne, warte mal. Ähm, ähm, das muss ich kurz überlegen. Ach ne, halt, das geht gar nicht. Ich muss erst noch einen anderen Würfel holen. Sonst wird das hier... Würfel? Würfel! Danke. Mal. Ja, wir wollen das hier nicht alles unnötig in die Länge zerren. Wir wollen das ja... Guck mal, ein Radio. Wui! Weg. Als Teil eines festen Testprotokolls war die furige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Was? Ihr habt mich angelogen, ihr Schweine. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in drei, zwei... Oh, hm. Dann werde ich wohl zukünftig noch belogen. Schade. Was soll's. Ich kann mit Lügen umgehen. Ich bin gar nichts anderes gewohnt. Doch, ich will die Wahrheit hören. Ach ja, so. Was war das denn hier? Ach so, hier kann man... Ach, das erste Mal, dass man sterben kann. Ja, das machen wir doch direkt mal. Boah, Leuchtekugel. Autsch. Hm. Hm, Sicherheit. Ich merke das schon, Freunde. Ich merke das schon. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhaftes Schild unglaublich. Sie, Subjektoren, sind wohl der Stolz von Subjektwohnaktär. Ja, wir sind ja nur gefakt in diesen Tests hier und deswegen klappen diese ganzen Subjekten ab. Und das ganze Zeug klappt deswegen nicht so ganz, weil wir sind ja... Wir wurden ja nur von Dr. Redman, der unter Psychopharmaka leidet. Das ist übrigens auch der Typ, der diese ganzen Sachen rangemalt hat. Das war Dr. Redman, der ist... Der leidet an Schizophrenie, der muss eigentlich mal Tabletten nehmen. Aber gut, wir sind ihm leider ausgegangen im Zuge von... Hier ist ein bisschen was runtergegangen. Wie vielleicht allgemein bekannt sein dürfte. War das hier, wo man schummeln konnte? Nein, hier auch nicht. Alles gut. Alles gut. Das ist eigentlich ganz interessant. Diesen Entwicklermodus, weil man sich wirklich mal Zeit und Musa hat und irgendwie mal sich dafür interessiert. Kann man sich den echt mal antun. Der ist ganz lustig. Wohl erzählen dann stundenlang die Stimmen. Und die Synchronsprecherin vom Computer erzählt dann auch noch ein bisschen was, wie sie da... Macht mir, wie sie dann... Oh, war das hier? Nein, hier war es auch nicht. Oh, das war hier. Ach, das war ja das hier. Warte mal, wie war denn das? Genau so war das. Funktioniert hervorragend, oder? Ja, das funktioniert hervorragend. Wunderprächtig. Nein! Verdammt, das muss ich warten. Ja, gut, dann kann ich ja was da sagen zur Synchronsprecherin. Die haben ursprünglich tatsächlich versucht, eine richtige Text-to-Voice-Stimme zu machen. Also so eine normale Computer-Stimme, wie zum Beispiel Microsoft Sam, kennt man ja. Hat man sicherlich schon mal gehört und viel Spaß mitgehabt. Oh, guck mal, da steht noch ein Radio. Wo kommen denn diese ganzen Radios her? Die waren doch früher nicht da. Also wo ich Portal das erste Mal gespielt habe, würde ich sagen, standen hier nicht so viele Radios rum. Also wirklich, kommen die denn alle her? Und, also wohl, die Portal-Musik war auch immer da. Also werden die Radios wahrscheinlich auch da gewesen, weil ich die nicht so drauf geachtet habe. Ja, und dann haben sie gemerkt, das funktioniert so nicht. Mit der Computer-Stimme, das... Ist klar. Ja, und das hat halt nicht funktioniert. Und dann haben sie halt die Opernsängerin... Oh, mit Lane oder irgendwie so heißt die. Und was mit Mac? Mac L. Und danach wird es oft beim Namen zu merken. Und die gute Opernsängerin, die war halt... Das Engagement-Center bedauert, Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Das Engagement-Center bedauert sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Ja, mach mal. Ja, und die Operns... Ja... Oh, oh, Kameras. Ich hab die ganzen Kameras vergessen. Nein! Nein, ich hab Kameras vergessen. Was sind die denn alle? Es sind gar keine Kameras. Aber ich hab in der letzten Kameras auf jeden Fall Kameras vergessen, weil da hing hundertprozentig irgendwo ein. Und ich hab die vollkommen ignoriert. Ja, so wird das auf jeden Fall mit denen eigentlich überhaupt gar nichts. Äh, und die Opernsängerin, die hat dann halt monoton eingesprochen, das hat viel besser funktioniert. Also da haben sie noch ein paar Audio-Effekte draufgehauen, aber ansonsten ist es eigentlich mehr oder weniger die natürliche Stimme der Frau, die das da eingesprochen hat. Die hat halt so ein bisschen monoton. Bitte gehen Sie längst zum Enrichment-Center. Dort sehen Sie das Portal-Aktivierungsgerät. Weil man konnte nämlich in die... Die Stimme hier gewinnt ja am Ende ein bisschen Emotionen. Und da ist... Holen! Mach mal! Jojo. Ach nee, das ist das, was man schummeln könnte, das war jetzt, wenn man zwei Portale machen konnte. Ach, verdammt! Ja, ich bin noch faul, ich mag noch nicht. Ja. Ich verstehe das super, ist ja einfach so Physik. Äh, Axio-Reaxio. Gut. Dieses Drehen, das macht mich ganz kirre, das kommt gleich nochmal. Das, das dreht sich ja so abartig. Das, ah, das ist... Also beim ersten Mal ist mir da richtig schlecht geworden, muss ich sagen. Also ich leide ein bisschen unter Motion-Signis. In irgendeinem Spiel sind wir immer... Genau, Dead Island war das. Da ist mir richtig übel geworden. Weil in Dead Island wackelt alles, wenn man sich bewegt. Das, ach, das ist nicht schön. Hätte Dead Island freuen, äh, tolles Spiel. Hab da, hab man stundenlang Spaß dran, also wirklich. Oder auch nicht. Ach ja, genau. Hm, ist klar. Kamerascheu, 11 und 33. Okay, alles klar, hab ich verstanden. Äh, wie war denn das hier? Das war hier nicht ganz, das war hier nicht ganz trivial. Warte mal. Äh, so. Was macht denn? Achso, das macht... Achso. Das war das, das ist... Ach ja, ja. Ja. Äh. Äh, 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 äh. Äh, achso. Genau, so war das. Doch wieder richtig erinnert. Ach, wie schön. Äh, verdammt. Wenn es das Ding auch nicht mal ein bisschen schneller dreht, dann wird das hier nichts mehr. Obwohl doch, das schafft man. Wui. Hängen ja nicht nur irgendwelche Kameras rum. Ach, verdammt, den Raum darf 100% in die Kamera und ich hab die übersehen. Nein. Übrigens, das Portalgerät kann mich nicht erschießen. Ist das nicht erfreulich? So, komm, jetzt hier. Genug hier wartet. Zack. Das Gerät kann jetzt zwei Verbunden... Nein, nein, nein. Was ist das Ding? Ah, jetzt ist das Ding weggefahren. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjektwohnortel. Ja, super. Ist das ja nicht Atomusik? Tududududu. Das Portal habe ich gesetzt, welches war das Dingst-Klick-Portal, oder? Hoffe ich, zumindest. Hoffe ich. Ich bin mir noch mal so ein bisschen unsicher, welches Portal ich setze. Doch, das... Ach, da ist ja ein Kreisel dran, welches Portal ich als letztes gesetzt habe. Also dürfte alles gut sein, wenn ich durch dieses Portal durchspringe. Wuhu. Ja, ist es. Bäm. Ja, da haben wir es doch schon. Wie schön. Ja, es geht auch schnell. Also, die Portal, die ersten Levels, da sind echt... Besonders, wenn man die schon kann, wenn man sich eigentlich keine Sekunde darauf konzentrieren muss, um die Sachlage zu begreifen. Das war am Portal 2 nicht so einfach. Da kamen dann doch ein paar Sachen auf, die... Vor allem war Portal 2 nicht so übersichtlich. Übrigens, die Levels sind übrigens sehr absichtlich so clean gehalten, weil es eine Testkammer ist, klar. Aber auch... Äh, was war das denn hier? Wir müssen uns noch... Oh, 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 oh. Ach, genau, das war der Mist hier. Ähm. Die Levels ursprünglich hat Wave die sehr detailreich geplant. Achso, jetzt habe ich da oben... Wie war das denn jetzt? Ähm. Ah. Und dann haben sie aber gemerkt, dass viele... Dass viele von ihren Beta-Testern, die waren sehr irritiert von dem Detailreichtum der Level. Und deswegen... Wuii. Hat man sich dann doch dafür entschieden, die Levels nicht ganz so detailreich zu machen? Ach, ich würde jetzt gerade wie Minecraft hier doppelt vorwärtsklick machen. Naja, das hat nicht so gut funktioniert. Jetzt haben wir die gleiche Schose hier. Ui. Das passt. Reicht. Passt doch genau. So. Ja, ich gerade mit dem auch. Ich finde das super, was ich da gemacht habe. Ja, und das sind die Levels halt total clean und sauber und übersichtlich, weil man nicht wollte, dass die Leute wie zum Beispiel in Half-Life von dem ganzen Dreck und Müll, der überall rumliegt, irritiert sind. Das hat man dann in Portal 2 aber nachgeholt. Okay, da liegt auch nicht so viel Dreck rum, den man irgendwie um durch die Gegend schleudern kann, aber die Levels sind halt generell verfallener. Portal 1 ist ja noch alles heiler. Es ist ja auch 200 Jahre früher oder 50 oder... So genau ist das, glaube ich, gar nicht rausgekommen, wie viele Jahre früher Portal... Oh, hier gibt's, äh... Ja, ich weiß. Das ist toll. Sehr... Ach, ich liebe diesen Spruch. Sehr, sehr, sehr lange dauern. Sehr freundlich. Fuck. Nein! Jetzt ist mir der Scheiß, wo ich runtergegangen bin. Ah! Also das war übrigens der Schlüssel gewesen, um das Ländliche mit wenig Portale hinzukriegen. Man muss... Man muss das erste Portal, der ich richtig setzen, sodass es immer passt. So, wir waren das zweite. An die Würfel komme ich, glaube ich, so schnell nicht ran. An die, warte mal, das kommt man, glaube ich, auch einfacher an. Warte, funktioniert das? Nö, warum kann ich hier nicht durch? Hui! So. Wie? Was? Aua! Hat der Würfel da nicht gezählt? Ich bin irritiert. Na gut. Sehr, sehr lange dauern. Ach, ich liebe die Würfel. War auch falsch. Na, was soll's? Ähm... So, jetzt aber. Ist das Portal richtig? So, jetzt, ich lege das... Warum lege ich meinen hessischen Würfel eigentlich immer auf das falsche Ding drauf? Na gut. Nein! Verdammt! Jetzt will ich es stylisch machen und jetzt krieg ich es nicht hin. Das ist so ärgerlich. Ich hätte einfach schießen sollen. Na, Mann. Vor allem, weil ich nicht gecheckt habe, dass dieses Ding da auf der linken Seite ist. Ich dachte, das wäre auf der anderen Seite und ich hätte ein bisschen mehr Zeit. Aber wir wissen, wir hören über den tollen Spruch hier nochmal. Sehr, sehr lange dauern. So, jetzt aber zum dritten Mal. Langsam reicht's aber auch. Kippen Sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmitteln und Adrenalin wiederbeleben. So, jetzt aber. Ich habe übrigens gerade eine Kamera vergessen. Was soll's? Ja, ist klar. Nach den Tests wird man Sie vermissen. Vermissen. Sehr, sehr, sehr lange dauern. Ach, herrlich. Da kommen wieder Erinnerungen auf. Aber das ist so lange, wo ich das gespielt habe. Das ist doch mindestens schon 4, 5 Jahre her. Das habe ich damals mit der Orangebox gekauft, das Portal hier. Herrlich. Testkammer 11. Ja, genau. Das war Testkammer 11. Das war die, wo man schummeln konnte. Moment. Aufgepasst. Die Gamma-Strahlende Hoch-Energie-Portal-Technologie verwenden möchten. Blub, 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 blub. Daraufhin, dass Sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Wui. Nein, verdammt. Und Sie sind ein hochvorragender Testkandidat. Ja, ich weiß. Aber leider bin ich gerade in die falsche Richtung gesprungen. Konnte nicht richtig schummeln. Ach, Mann. Das ist übrigens Absicht, dass man schummeln kann. Das ist so geplant, dass das geht. Ich habe übrigens schon wieder Kameras vergessen. Die sind nicht 100% welche. Und ich habe die wieder übersehen. Naja. So, jetzt aber in die richtige Richtung. Springen, verdammte Hacke. Na gut. Nein, ich lasse mich immer irritieren von den... Hä? Hä? Wie komme ich denn jetzt wieder raus? Mann. Also, das ist... Ich springe immer genau in die falsche Richtung. Ich müsste einfach nur genau aus den Gegensätzen klicken von dem, was ich sehe. Weil ich sehe durch das Portal immer diese Platte da. Und denke, ich muss in die Richtung... Ach, nein. Schwierig zu erklären. Ich mache es auf jeden Fall falsch. Weil... Jetzt... Klicken wir nach rechts. Zack. Ihr schafft. Ach, ja. Ist doch gar nicht alles so schwer, die ganzen Level zu machen. Man muss doch nur wissen, wenn man durchspringt. Ich glaube, hier kann man... Also, hier kann man auch ganz gut akrobatisch schummeln. Aber hinterher ein paar Level, da wird beschrieben, wie man das irgendwie machen kann. Das kriegt er nicht mehr hin. Das hier hat man ja gerade gesehen. Ging schon an den Rand meiner Leistungsfähigkeit. Das wird also nicht besser. Da kommt die Auf. Wir haben nicht ewig Zeit. Wir haben noch keine Zeit. Ach, das war der Mist hier. Äh... Zack. 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 Helft mir, euch zu helfen. Joa, ist wunderbar richtig, ich weiß. Ach, das war der Mist hier. Hier muss man... Ach nee, das kommt gleich noch. Mit den komischen rumfahrbaren Platten. Die waren echt... Die waren echt ein bisschen tricky. Ja, jetzt komm hier. Eile, eile. Wir haben noch keine Zeit. Ach nee, das... Hier muss man erstmal so sich rumspringen. Äh, was? Ach so. Wie war denn das? Warte mal, das war halt... Das war da nicht so... Wichtiger Test, aber... Ja, auf sie, ja man. Alles super. Äh, wie war denn das? Wie war denn das? Wie war denn das? Ich glaube, so war das. Genau. Hier muss... Hier haben nämlich diese... Diese elenden Reaktionsspielchen haben hier nämlich angefangen. Nein! Verdammte Hacke. Ah! Knarrf! Ja, hier hat der Mist angefangen, wo man denn im Flug schießen musste. Das war dann schon gar nicht mehr so einfach, besonders wenn man das nicht mehr geübt hat. Hui! Zack! So, genau. Sooo... Nee, sooo... 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 Ups, was hab ich denn jetzt gemacht? Ich hab ja ein Monster geschaffen. Ups, das wollte ich gar nicht. Hä? Oh. Jetzt. Aber. Bong. Oink. Was? Verdammt. Richtig Portale setzen wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? So, jetzt aber eins. Muss doch klappen. Oink. 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 Gut. Schön, schön, schön. War doch doch mal von der Vögel gekrönt. Die ganze Maßnahme. Hui! Zack. Genau, und hier war jetzt der Mist mit diesen lustigen Dingens hier. Warte mal, hier konnte man aber auch fies abkürzen. Also man... Man musste das... Mh... Man musste das nur mutig genug machen. Mh, wo ist denn hier die nächste Platte? Hu! Huh! Also man konnte sich hier natürlich auch noch sehr viel Zeit lassen mit diesen hin- und herspringen, aber es ging noch schneller. Äh, war der hier nicht die Kugel gut? Achso, das war hier mit diesen langsamen Fahrstühlen. Auch hier war das Wave-Team mal wieder festgestellt, dass man das... Äh, das, 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 das waren vorher Treppen, man gibt hier. Und dann war es dann wohl so... Oh, das, das, das... Hup, das habe ich jetzt schon gemacht. Nicht ernsthaft, oder? Mich hat jetzt nicht die dumme Kugel getroffen. Oh, nein! Wichtiger Testapparat, zerstört. Jo, so vollkommen. Tut mir sehr leid. Nicht. Mann. Jetzt habe ich allen Ernstes die wilde, herfliegende Kugel getroffen. Das ist... Das trifft mich hart. Wirklich? Ich glaube, ich habe das falsche Portal als erstes gesetzt. Und zwar das hinter mir, und dann ist das halt alles schiefgelaufen. Hui! Husten Sie, dass Sie den Mädchenselbstwert vor von Aperture Science 1 oder alle ihrer Organe spenden können? Ganz recht. Ganz recht. Das ist auch so ein altes Deutsch, glaube ich, dieses... Ganz recht. Das ist so. Das ist so eine Redewendung, die wird im heutigen Deutsch, glaube ich, nicht mehr verwendet. Weil, wer sagt schon, ganz recht. Wenn man irgendwas bestätigen möchte, oder irgendwie so unglaubliche Blicke, so... Das... Ja, das sagt keiner mehr ganz recht. Wirklich niemand mehr. Glaube ich. Das habe ich ja nicht nur für das Teamspiel installiert. Aliens of Valiant Arms? Was ist das denn? Aliens Form kenne ich, aber... Hidden. Oh, Hidden war auch ein schönes Spiel. Könnte man eigentlich auch nichts playen, wenn es nicht Multiplayer-Werden keine Sau spielen würde. Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Nein, warum? Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militär-Androiden ersetzt. Ist klar. Wir beginnen, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. Danke. Warte mal, das war jetzt ganz steilisch. Was? Uh. Jetzt sterbe ich hier noch, weil das... Geht doch. Aua. Hier ist niemand. Tschüss. Da ist eine Kamera, verdammt. Würde ich auch stark hoffen. Boah, geht die Tür jetzt zu? Nein. So, hier muss man dann tatsächlich mal... Ja, ich hasse dich auch nicht. Ich liebe dich. Aua, jetzt sterbe ich hier noch. Ah! Wieso? Darum! Oh, warte, jetzt hab ich mich ja ein bisschen in Bedrohung. Aua. Ruhe dich! Hier gab's glaube ich auch so ein Ding, dass man das... dass man das möglichst wenig Verlusten machen sollte. Ähm, das könnte klappen. Aua! Ich glaube, da kann man hier nicht auch einfach durchrennen, wenn man... wenn man unbedingt denn wollte. Oder nee? Ich glaube, die Platte... Oh, ich sterbe, ich sterbe. Nein! Verdammt. Ah, verdammt. Ich hab das Ding rechts nicht aufgepasst. Ich dachte, das steht ein bisschen weiter hinten. Warum hab ich jetzt immer so ein Ding in der Hand? Ich hab doch eben gerade noch eine Kiste. Ach, Mann. Was ist denn so ein Ding? So. Achso, ja. Ja. Uh. Nee, hier ist wirklich niemand da. Guck mal, noch ein Radio. Und Steckwichteradressie hier. Das ist ein bisschen reaktionslang. Und doch sind hier die lustigen Kreuze auf dem Boden. Die helfen ja doch relativ enorm. Da bin ich. Richtig. Fahre hoch. Ich hatte das mal... Ich glaube, ich hatte das mal eine Zeit lang, als mein... als mein Windows-Start-Sound, dieses... dieses Fahre hoch. Ja, ich bin ja auch nicht böse. Ich glaube, die Androiden konnte man ja nicht rauflegen. Man braucht ja unbedingt den super... Wuuuuh. Man braucht ja unbedingt den super gewichteten Kubus. Ach, jetzt fährt es mir wieder... Jetzt fährt es mir wieder ein. Man konnte irgendwie die Androiden dazu bringen, sich gegenseitig zu überschießen. Doch, doch. Ach, die Roterhölle. ...deut darauf hin, dass die Androiden-Hölle existiert und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Android, hell. Ich glaube, es gab so ein Lied. Es war so eine Gruppe, äh, Victim of Science, die haben einen ziemlich geilen Portal-Remix gemacht, aus diesen ganzen Sounds. Das hieß, glaube ich, Victim of Science Portal, oder wieso hieß das? Kann ich kaputt machen? Ach, jetzt kommt der Lieblings, äh, der, der, der Kuschelkugus. Kann ich davon... Kann ich davon sterben? Nein, kann ich nicht. Ähm, diesen Kubus, den hat... Ja. Zieh mir nix. Ja, das ist mir völlig kom... Oh, ach so. Stimmt, dafür hat man den gebraucht. Gut, dass ich den gerade so in der Hand habe. Das sind auftretenden Symptome bei Enrichment Center-Tests sind aber global, sprechen mit lieblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center-Tests erinnerst daran. Das, der Kuschelkugel-Dings war... Na, der Kuschelkugel-Dings war da hinten. Bin ich jetzt? Höf? Ach, nee, bin ich auf der Seite. Ähm, das passiert sich auch wieder auf diesem Doktor Redmond, der Bayer, wie gesagt, äh, schon... Das sind auftretenden Symptome bei Enrichment Center-Tests sind aber global. Sprechen mit lieblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter-Kobus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen kann. Ist klar. Ähm, dieser Doktor Redmond, den ich ja vorhin... Oh, Mann. Lauf zu jammern. Diesen Doktor Redmond, den ich vorhin erwähnt habe, der hat nämlich auch ein Problem. Und zwar, der gute Mann, der ist ja schizophren. Oh, Kamerascheu, 225-333, toll. Da vielleicht schon mal Kameras vergessen habe. Ja, der Doktor Redmond, der war ja paranoid und der hatte wirklich seinen Kubus. In den Comics redet der Kubus wirklich mit ihm. Das habe ich mir wieder einfach gemacht. Ähm, gebe ich dir da Speicherkubus? Wie war denn das? Äh, hier war einer der schwersten Stellen überhaupt, die fand ich... Äh, und zwar muss man hier diese komische lustige Kugel hier durchballern. Hier aber nicht, in einem anderen Raum, in dem Raum, da, wo ich gleich hingehen werde. Und diese Stelle, die war echt nicht schön. Äh, das, das war das... Naja, das fand ich schon irgendwie ein bisschen störend. Weil das war halt so... Ach genau, hier war ja die zweite Kammer, die erste, habe ich ja vorhin geflissentlich übersehen. Die war bei diesen Robotern da. Hier ist hier der gute Dr. Redmond. Also, der hat hier tapeziert, der war unterwegs, der hat auch geschrieben, dass der Kugel eine Lüge ist. Oder um seine Kumpels, weiß ich ja nicht so genau. Ja, und der, gute Speicherkubel sind alles überklebt. Das ist übrigens der Firmengründer, ach, ich hab schon wieder seinen Namen... Äh, Nick, äh, nee, Cave Johnson hieß er, genau. Nicht Nick Cave, Nick Cave ist irgendwie so ein Kunstschaffender. Ja, und der, gute Cave Johnson, der ist halt halt, äh... Naja, fährt man ja nicht alles in Portal 2, was man dem guten Mann wissen muss. Wie dem auch sei. Ja, und Dr. Redmond war halt schizophren, der hatte halt seinen redenden Kubus und der hat tatsächlich mit ihm geredet. Mit uns redet er leider nicht und das ist die ganze Zeit stumpf. Stumpf, das ist ein bisschen traurig, finde ich. Also, ich hätte mich gern mit, ich hätte mich gern mit den gewichteten Speicherkubus unterhalten. Ich glaube, ich hab getroffen. Jetzt kommt durch die Datei, wo ich mich minimal beeilen muss. Ich frage, Moment mal, wo kommt eigentlich die dritte Kugel her? Ach doch, ja, ich weiß wieder. Genau, die muss man ja, ach, das war der mit... Stimmt, ich hab das Portal ja durch Zufall schon richtig gesetzt. Weil die andere Kugel prallt einem nebenherum schon hin und her. Ach, das war echt so selbstmörderisch, was ist man da... Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter-Kubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiter-Kubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Genau, das war der Mist, da muss man nämlich... Ja gut. Das war aber auch schon mal schwerer. Also ich bin der festen Meinung, am Anfang war das nicht so einfach mit dem guten Kubus hier, also das abzulenken. Aber ich bin dann daran, nämlich mal klickig gescheitert, muss ich zu meiner eigenen Schande sagen. Und wie gesagt, ich meine, das war dann nicht so einfach. Übrigens gehen ihre Fußträte, die sie jetzt hier gerade noch anhat, die gehen ja in Portal 2, äh, die gehen ja kaputt. Jo, das muss ich hier liegen. Ich kann auch selber reinspringen, aber bringt doch nicht nix. Begleiter-Kubus zur Aperture-Science, Intelligenz-Notverbrennungsanlage. Ich weiß zwar nicht, wo da der Notfall ist und warum das Ding intelligent ist, aber naja. Sie haben den treuen Begleiter-Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Herzlichen Glückwunsch. Naja. Der spricht ja auch nicht mit mir, der Penner. Der hat die ganze Zeit geschwiegen. Hätte er mir irgendwie Kuchen versprochen, um mich zu erstechen, hätte ich mich länger mit ihm aufgehalten. Hätte ich nämlich noch debattiert und diskutiert. Aber so war halt die ganze Zeit stumm, der Kollege. Was soll ich denn mit einem stummen Begleiter-Kubus? Also wirklich mal. Übrigens, er lädt Daten. Das geht zum Glück mittlerweile relativ schnell, weil der Portal eins, wo der doch recht alt ist. Ähm, das macht das Verderbenes. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Hui. Ähm, das war jetzt wieder... Ach ja, genau, hier hat man noch so einen schönen Hinterraum. Kann man sich mal ein bisschen hinter die Kulissen angucken. Das ist schon... Ich glaube, in dem Entwickler-Kommentar wurde es beschrieben, dass das als... Das ist ein erster Ausblick auf den zweiten Teil vom Portal. Also... Guck mal, da hinten ist noch eine Küche. Mit halb 3-1-Grafiken. Guck mal, da ist ein schöner Kocher. Und vor allen Dingen das gute Radio, was auf 85.2 FM läuft. Aber machen konnte man hier gar nichts. Ne, da hinten gibt es noch die abgeschlossene Tür. Da oben den prima, prima Nutzungsschacht mit viel Licht hinter. Nö, hier kann man nichts machen. Nein! Verdammt. Ja, ich weiß immer noch nicht so richtig, warum dieses Wasser so tödlich ist. Also es muss so wie pure Säure sein, die sich aber nicht durchs Metall frisst. Ja. Oh. Hui. Ähm, wie war denn das? Wie war denn das? Wie war denn das? Ach genau, so war das. So war das. Dann muss man das so machen. Ne. Ich muss mal kurz ein bisschen durchprobieren. Ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, wie das war. Zack. Doch, doch, so war das. Äh, äh, Kameras gibt es ja. Guckt mich nicht so an. Ich würde ja gerne von der Wand schießen, aber es funktioniert ja leider nicht. Ich darf ja nicht. Deprimierend. Und jetzt können wir natürlich wieder durch das Portal gehen, was wir uns hier unten ranbarst sehen. Zack. Hui. Und dann geht es, glaube ich, hier weiter und hier. Ne. Halt. Das war falsch. Nein. Ich kann mir ja, ich kann ja unnudrigerweise, kann ich ja im Flug lenken. Ach ne, halt. Ich bin doch jetzt schon woanders, ne? Ja. Hä? Huh. Ähm. Wie war denn das? Wie war denn das? Wie war denn das? Ach so. Der Weg ist klar. Ach. Ach stimmt, das war ja mit diesen extra-wheelen, möchte ich fast sagen. Äh, das war ja noch extra- Aua, aua, lass mich in Ruhe. Feind. Nö, hier ist niemand mehr. Ähm. Tschüss. Man konnte die... Ach so, genau, das war das Ding, wo man die, wo man hier so lustig runterkegeln konnte. Warte mal, stimmt das überhaupt mit dem Winkel? Ne, halt, das war... Das konnte man einfacher haben. Äh, so, da die Kugel. Hallo? Was ist denn? Aua, lass mich in Ruhe. Hä? Warum macht denn die Kugel jetzt nicht, dass ich mir... Ach, doch, die Kugel machte ich mir vorstelle. Ähm... Ne, halt, klar. Das war ja sogar relativ umfangreich, was ich mir machen musste. Oder ich treffe einfach nicht, das kann natürlich auch sein. Aber ist das alles... Aber ist das alles so schön einfach gehalten mit diesen Laserstrahlen, die man perfekt sehen kann, wie das Ding, die Kugel langfliegt? Also, da muss man sich eigentlich wirklich keine Platte machen. Warum hat er meine eine Kugel hier eigentlich schon wieder nicht getroffen? Was soll denn das? Ich fäll hier nur rum. So, jetzt aber. Na, 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 na. Die fliegt ja nicht perfekt. Ähm. Die Kugel fliegt eigentlich perfekt. Ja, lass mich in Ruhe. Warum klappt das gerade nicht? Das hätte doch eigentlich klappen müssen. Das regt mich jetzt minimal auf. Dass das gerade nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Hä? Ich glaube, ich bin einfach zu doof für dieses Spielbuch. Jetzt pfällt die Kugel schon wieder ab. Böse Kugel, kannst du doch nicht machen. Jetzt scheitert das allen Ernstes daran an diesen einen Geschützturm und diesen ganz einfachen, ne? Nein. Mann, 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 Mann. Äh, warte mal, das war doch hier irgendwas mit Eile, Eile, oder? Ähm, wie war denn das? Wie war denn das? Achso, genau. So war das. Oder? War das? Genau, das war mit dem da runter springen. Dann konnte man nach hoch. Dann könnte man was machen. Das ist alles so lange her. Ach, genau. So war das. Man musste schnell sein. Glaube ich zumindest, dass es so war. Oh, ist schon vorbei, ne? Hm, verdammt. Wo ist denn überhaupt das Aufnahmeding? Ach, das ist da oben. Genau, also ich muss... Ja, eigentlich muss ich das quasi machen, wenn die Fugel schon unterwegs ist. Ist gerade abgeprallt, ne? Ah, Krampf. Aha! Schaut ihn euch an. Schaut ihn euch an, wie er die Plattform vorbeifahren lässt. Ah! Ja, aber auf jeden Fall alles nicht mehr so einfach hier, ne? Ab den Zeitpunkt. Also, das ist jetzt die Kammer, wo ich schon ein bisschen umfangreicher... Aber das steht, glaube ich, sogar noch im Videokommentar. Das bereitet schon mal vor. Auf die Schwierigkeiten sind die auftauchen und den zahlreichen tödlichen Gefahren, die man sich entgegenstellen muss. Ja. Aber auch damit kommen wir natürlich selbstverständlich total gut klar. Äh. Dumm, 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 dumm. Ja. Wann das überhaupt muss... Bin ich einfach runtergesprungen, ganz stumpf? Ich glaube schon. Ja, genau. Jetzt fährt hier nämlich so eine lustige... Genau, es geht nämlich die Tür wieder auf. Ich glaube, die Tür bleibt doch offen, oder? Oder muss ich da Eile walten lassen? Ich weiß das gerade gar nicht. Ne, ich muss da bei Eile walten lassen. Okay, gut. Also, Eile, Eile, Eile. Äh. Aber eigentlich so viel Eile nur auch nicht, weil man hat ja relativ viel Zeit für die Operation hier. Hui, hui. Zack. So. Jetzt wieder meine berühmte, berüchtigte Fähigkeit, äh, durch in der Luft lenken zu können. Kommt jetzt wieder zum Einsatz. Zack. Wunderbar, diese Fähigkeit. Also, ich hab nie was Besseres gefunden, als in der Luft navigieren zu können. Muss man einfach mal... Jetzt muss ich mal hier durchkriechen. Muss man einfach mal neidlos anerkennen, wie gut ich das nicht kann. So, zack. Nee, da konnte das... Nee, das ging nicht, ja. Dann... Ich brauch mal wieder eine portalfähige Wand. Krieg ich denn hier eine her? Ich glaub, der Boden hat eine. Ja, der Boden hat eine. Hui. Ach, genau. Jetzt kommt mein Lieblingsabschnitt. Ach, den hab ich früher geliebt. Äh, wie war denn das? Wie war denn das? Ach, genau, hier. Wo diese Dinger noch rausgefahren sind. Ja, aufzuhammern. Hier kriegt man die Bewegungsunschärfen vom Portal auch am besten mit. Ähm, blau? Nee. Ich schieße auch jedes Mal in die falschen Farben. Das ist immer ganz gut, wenn man so ein bisschen Reaktionszuschwindigkeit hat. Wenn man so wie ich... Irgendwann ist das jetzt nach da. Man so ein bisschen die Farben verwechselt. Aber nur unter Umständen. Dann erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Ja, ich würde jetzt gerne das Seminar besuchen, bevor wir weitermachen. Wäre das irgendwie möglich? Hallo? 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 Irgendjemand? Nö, scheinbar ist das nicht möglich. Ist ja super. Hm. Ja. Lade Daten. Warum liegt der denn in den Daten? Soll damit erfüllen. Ich weiß gar nicht, ob da eigentlich Asynchronitäten entstehen, weil die Frames dabei stehen. Ach, das ist schon das letzte Level? Komplex vor allem, ne? Ich sehe schon, wie das wird schon... Das wird schon wie so eine Anlage, die mich selber umbringt. Das sehe ich doch. Hä? Warum breit nie? Achso. Hä? 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 Ich bin echt kreativ daran, mich selber umzubringen. Wie war denn das? Ach ja, genau. Nee, halt so, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Ähm... Ach genau, man muss die Kugel fangen. So fliegen sollte es auf keinen Fall. Jetzt platzt doch mal. Nun. Warum platzt die Kugel? Na gut, zugehend ist es auch. Ich dachte, ich muss das irgendwie komplizierter machen. Wo? Ja, ja, auf zu. Ja, Mann. Das ist alles super. Aber wie war denn das hier? Es gab hier so zahlreiche finstere Gefahren, die man da meistern musste. Wie zum Beispiel diese wunderherrliche Wand. Warten, bis die Platte kommt. Ja, genau so war das. Ich glaube, man kann da auch durchspringen, wenn man das Ding hier schnell genug öffnet und da hin und her springt. So, jetzt muss ich hier kurz die Kugel aussperren. So, jetzt aber. Alles erreicht. Jo. Ja. Dann nähern wir uns ja lang aus hier den Ende. Also der 20. Ding, gleich gibt's Kuchen. Ich freue mich jetzt schon. Ja, denn... Wie war denn das denn jetzt da? Wie war denn das? Ich glaube so. Das kann ich kaum. Man kann sich da einfach drauf schieben lassen. War das so einfach? Ja, doch war's. Kuchen! Gratulation, der Test ist vorüber. Oh, der wird noch gebacken. Das ist ja schön. Alle Aperture-Technologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Seien Sie versichert, dass es in der Mitte, bis zu keinerlei gefährlichen Geräte Fehlfunktionen kommen kann. Celsius. Danke für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von Aperture Science. Bitte, bitte. Hab ich gern gemacht. Tja. Naja, dann war's das wohl. Dann müssen wir wohl sterben. Wenn das so sein soll, dann müssen wir da sterben. Gibt's ja nicht irgendwelche Kameras, die wir abschießen können bei der guten Gelegenheit? Nö. Nö. Wir werden jetzt übrigens unweigerlich sterben. Also es gibt nichts zu tun. Das ist das Ende von Portal 1. Im Portal 2 rennen wir ja als Klon von Shell rum. Bei dessen wurde ja Portal 1 viel kritisiert, weil das Ende so deprimierend ist. Wenn man einfach stirbt und vor allem der Laserstrahl hier mitten im Feuer steht, also der das Ding führt. Das war einer der größten Kritikpunkte von Portal 1, dass man einfach... ...stirbt. Also, jetzt bleib ich so verdachlich. Ich kümmere es ab. Ich springe einfach rein. Und tot. Ja. Tja, das war's. Macht's gut, Leute. Hier ist das. ...